Das kann ich mal noch so berechnen, Fläche, Seite Da kunst du dann mal noch die einzelnen Seiten berechnen, das war irgendwie so die Fläche Fläche, boah, durch Das ist eigentlich Fläche durch die Seite, die angegeben ist, oder? Die Seite, die du gesucht hast, durch Fläche, Fläche durch die Seite, die angegeben ist, logisch Eigentlich logisch, aber war es das heutzutage noch, logisch So, kurz mal geschaut, aber was ist immer noch nicht los Ähm, jetzt haben wir kein Holz mehr, ne? Ungünstig Ich hoffe jetzt einfach mal, dass, ähm, der Miner-Helm so viel Nike-Vision hat, dass wir was sehen Ansonsten mache ich einfach mal Mod-Options, äh, Quatsch, fertig Options Shaders, International Done, Done Wow Hell Optionen Grafikeinstellungen Ach, das ist der Nachtsicht, gell? Ah, wenn ich den jetzt absetze Ah, Nachtsichthelm, geil Funktioniert also super Ganz gechillt macht was Der funktioniert wirklich, der hat bloß mit dem Shader-Bot ein Problem gehabt Interessant Sieht doch nicht aus, als ob ich hier schon mal gewesen bin Unerschöpfte Möglichkeiten verbergen sich hier vor mir Und ich nutze sie nicht Ich bin ein schlechter Mensch Ein richtig schlechter Mensch So, warte mal Äh, kommt, Tee, ich weiß nicht, Tee Scheiß doch auf TNT So Glaub ich dazu, wie sieht einfach viel cooler aus Klack Doch, hier war ich schon mal Was haben wir denn hier so Klack, 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 klack Okay, hier waren wir also schon mal Das ist ja schon mal vielversprechend Oh Das ist ein Miner-Skelett Hat mir aber außer Knochen nichts Spannendes zurückgelassen Sieht aber nicht aus, ob ich hier schon mal Fackeln habe Nö, es sind keine Fackeln, ne Ist also komplett dunkel, wenn wir den Miner-Hättest nicht off hätten Off hätten Auch ein wunderschönes Deutsch Off hätten Oh, möchte ich selber schlagen für sowas Ah, guck mal, da ist schon wieder Da ist schon wieder so ein Ding Auch als Mine bekannt Wie zur Hölle kommt Sand hier runter Ich hab kurz mal geskippt Um zu gucken, was es gibt Ahaha Okay, ich lasse das, tut mir leid Ich wollte keine schlechten Witze reißen Doch, wollte ich aber Oh, obsidian-Skelett 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 Oh, mein Gott Oh, mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott So viele fremde Skelette Okay, erst bei den Bogen bisschen aufbessern Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Also jetzt muss ich aber langsam echt bei den Steinen hier wegwerfen Ach komm Komm, Redstone nehm ich eh, benutze ich nie Als er mir erzählte, was ich Redstone nutze, der, naja Alter, es hat alles rausgekommen Und ich erzähle was Essen, sehe ich gerade Und gleich was Essen Alter Todesangst hatte ich gerade, Todesangst Ein paar kann ich noch aufsammeln, manchmal noch voll in den Stapel Wenn ich einmal wieder dabei bin Welche Waypoints habe ich jetzt aktiv? Nur Home, gell? So Noch 4 Noch 2 So Und fertig Okay, wir graben uns mal weiter in Richtung Home Ich glaube, ich grabe mich jetzt mal langsam in Richtung raus Weil wir sind schon auf Höhe 26 Da graben wir mal runter jetzt Oh, Gold Cool Das heißt doch nicht, nein Oh, okay Ich weiß jetzt natürlich überhaupt nicht, wo ich war, wo nicht, weil Hier brennt zwar überall Licht, ich weiß aber nicht, dass es von unseren Fackeln ist Also ist überall hell, meine ich Ich war gleich nachsammeln, ich glaube, ich grabe mich jetzt raus nach manchen Aufnahmenpause Jungle bin ich Sonst kriege ich noch am Ende der Ärger oder habe ich nichts zu essen Oh, nichts zu essen So 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 Was hätten wir jetzt nochmal gleich oben? Ich hab's im Urin Wie? Wie? Ah Okay, ich dachte, ich bin tot, Alter, das wäre es gewesen So, ich bin gekommen und dann tot durch Kies Warum nicht? Tod durch Kies Der wünscht es sich nicht und ich sehe endlich grün Ich sehe grün Die schwarze Fläche wird weniger und das Kriegen nimmt zu So Ich muss nur einen Weg nach Hause finden Ist zum Glück auch überhaupt nicht zu übersehen mit diesem riesigen Berg, den ich ja jetzt noch mal hatte Und dann ist aber keine Ironie Lass mich doch einfach alle in Ruhe Ich möchte einfach nur einen grausamen Tod sterben Wir haben Wir haben es gerade echt so weit geschafft, wir haben so viel gefunden Wir sind Level 26 gekommen Level 26 Und 20 Und dann dachte ich mir jetzt gerade Wo ist mein Todespunkt Waypoints Das ist Das X Dachte ich mir gerade, hey, springst du schnell die kleine Schlucht da rein Ich bin jetzt nicht dabei aussehen, dass das eine Schlucht ist Ich dachte, das ist so, ja so eine 5 Meter hohe Anhöhe oder so, weißt du Wenn du runterfällst, ist auch egal Und dann sehe ich im Sprung, hey, das ist eine Schlucht Toll Fliege 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 wie ein Vogel, du kleiner Idiot Blöck Oh, an Oh! Blöck! Klack, klack, klack. Oh! So. Ähm. Oh, ich glaube, ob ich mehr als vorher hatte. Ich habe die Diamanten im Griff. Ach, Zombie gehören. Alles klar. Lass mich in Ruhe. Das lass ich mir nicht bieten. Ja, ja. Ja. Telepumpenrufe nach Hause. So. Jetzt ist meine Hand eingeschlafen. Das ist ein gutes Zeichen, die kleine Aufnahmepause einzulegen. Der Tod. Der Verlust von 20 Leveln. Eingeschlafene Hand. Das ist ein ganz gutes Zeichen für eine Aufnahmepause. 20 Leveln. Oh, Mann. Es war so schön, solange es werte. Und nachts wird es auch gerade. Na, 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 na. Dann gehen wir mal nach Hause. Ehrlich gesagt habe ich alles noch behalten. Kohle, Kohle, Kohle. Juhu, Pest und Co. Juhu, Pest und Co.